Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone und der Forscherliga und wir gehen zum nächsten Boss hier. Wir haben hier nur noch drei vor uns und der nächste wird jetzt hier Steel Sentinel oder der Stalern. Ja auch Steel Sentinel, also Stalern und Wächter werden wir gleich kaputt machen. Dafür habe ich ein kleines Deck zusammengestellt. Das seht ihr jetzt hier an der linken Seite. Das nennt sich Dauerfeuer und ist darauf aufgebaut, dass wir möglichst schnell eben unseren Messerjungleur spielen wollen. Beziehungsweise unser Deck halt eben immer vollhauen mit sehr sehr kleinen Minions, die uns dabei helfen halt eben seine auch runter zu hauen. Okay, Messerjungleur ist nicht dabei bei unserem. Dann tue ich jetzt hier einfach mal alles weg, in der Hoffnung, dass er jetzt kommt. Und natürlich habe ich nicht. Morlock Ritter, auch perfekte Karte, weil sie eben dafür sorgt, dass wir immer zusätzliche Minions bekommen. Jedes Mal, wenn wir unsere Fähigkeit spielen, dadurch können wir einfach zwei auf einmal spielen. Ist natürlich perfekt. Gut, ich könnte echoen oder ich spiele erstmal eine einzelne. Ich weiß ja noch nicht, was er genau spielt. Unser Ziel ist es natürlich, unsere Seite möglichst voll zu bekommen. Ähm, Ruf zu den Waffen ist da natürlich auch perfekt. Und jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem, weil ich bekomme hier, ähm, ja, mache ich mein Board erstmal voll. Damit bekomme ich ja Gott sei Dank auch eine schöne kleine Waffe. Damit gehe ich einmal auf ihn. Spiel den auch weg. Der würde ja eh in mein Gesicht gehen. Und den können wir noch nicht. Dann kann ich jetzt in der nächsten Runde den Murlock spielen. Okay, ähm, ja, ist nichts anderes Besseres da. Mein Ziel ist natürlich auch möglichst oft meine Heldenfähigkeit raus zum Spielen. Damit ich da auch, ähm, einfach ein bisschen sparen kann. Er macht sich einen Sparringspartner und nimmt den linken. Okay, merke ich mir, er geht immer ziemlich stark auf die linke Seite. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr miese Kombination, weil die Rüstungsschmiedin, äh, hat vier Schaden. Ich habe keine Equality auf der Hand, sodass ich die mit einem Schaden, das heißt, ich muss jetzt den anderen hier sehr, sehr stark Waffen. Ihr seht, jetzt hat er schon 16, 17, 18, 19, 20. Und das ist natürlich einfach unhaltbar. So ein bisschen. Ähm, ich habe ihn um fünf hochgehauen. Jetzt echo ich mal. In der Hoffnung, dass ich irgendwas machen kann oder ihm entgegensetzen kann. Er nimmt Arkanitschnitzer und wird mir da doch natürlich meinen Merlock nehmen. Ja. So. Und haut sich noch mal wieder eine extra Rüstung drauf. So. Äh, was kann ich jetzt spielen? Jetzt kommt natürlich Gleichheit. Ich hätte es früher gebraucht. Naja. Äh, was machen wir? Wir haben Runde 6. Ähm, ich nehme eben erstmal seine Fünferwaffe weg. Dafür ist der Oos nämlich in dem Board extra noch drin und guckt, dass ich ihm möglichst viel wieder wegnehmen kann. Und hinten noch ein Nervodron als zusätzlichen Tank rein. Und er bekommt Gott sei Dank nicht die Heilung. Ja gut, hätte ihm eh nichts gebracht, weil er ist ja noch auf 30 oben. Gut. Jetzt bekomme ich sie im Überfluss. Danke vielmals. Ähm, ich setze mir eine Buße rein, damit nicht nochmal eine eklige Karte ist. Oder eine hohe Karte kommt. Weil ich muss jetzt mein Board hier ein bisschen kleiner machen, wie ihr seht. Damit ich die fünf Schaden einfach aufbauen kann. Und, äh, ja. Was weiteres kann ich nicht reinsetzen. Und er kriegt nochmal. Und dieses Mal hat er natürlich Glück. So. Ich kann ihn noch runter setzen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und damit kriege ich ihn mit meinem einen weg. Äh, Wächter. Moshkun. Der ist natürlich sehr, sehr schön, äh, wenn man gerade keine Equality spielt. Weil durch diese sieben habe ich doch einen sehr, sehr guten Tank. Und die Eins, die machen mir ja eh nichts. Ich kann eh eh nichts anderes. Und genau jetzt muss ich natürlich ein Equality spielen. Ähm, ich setze, ich spiele erst Equality. Dann haue ich den Merlockröde rein. Mache nochmal einmal extra meine Heldenfähigkeit, damit ich da noch einen weiteren bekomme. So, und jetzt können wir Vortragon wegnehmen. Ähm, und er bekommt seine Waffe. Und jetzt wäre natürlich mein zweiter Us praktisch. Aber ich habe ja schön noch meinen Nervodron, den ich nehmen kann. Die Tussi nerft übrigens auch ziemlich. Und bling bling. Okay, wir bekommen beide neue Waffe. Und er bekommt natürlich noch eine stärkere Waffe. Ach, kacke. Jetzt kommt mein Messer schon glühen. Na, danke. Jetzt kann ich es auch gebrochen. Okay. Schauen wir mal, ob er mir ein bisschen hilft. Einmal Messer. Und damit seht ihr auch, wieso uns das Ganze hilft. Da kommt das nächste Messer. Und haut uns die einfach direkt weg. Und auf blingy können wir dann auch direkt gehen. Das heißt, ich muss jetzt immer gucken in den Runden, dass ich mein Bot immer so um zwei verringere. Und kann damit ihm natürlich das Ganze, das waren sechs Schaden gegen mich. Aber ich muss diese verfluchte Waffe irgendwie wegkriegen. Ich hätte auch ins Gesicht spielen können. Aber mir war es wichtiger, dass ich ihn wegbekomme. So, was macht er jetzt? Er geht natürlich auf meinen Tank. Und spielt die Dreckskrabbe. Krabbe ist ekligste, was passieren kann. Die muss ich irgendwie wegkriegen. Deswegen setze ich da nochmal meine Equality rein. Die neuen Schaden werden jetzt einfach tödlich. Vor allem mit dem Verdoppel drin. Deswegen nehme ich sie so raus. So, und jetzt geht ein Messer-Jongleur natürlich schön direkt ins Gesicht rein. Und jetzt kommen wir einmal, zweimal, dreimal, noch einmal mit der eigenen Waffe und mit dem Messer-Jongleur. Und wir haben ihm richtig acht Schaden reingehauen. Wenn ich es richtig sehe. Oder? Ja. Und er setzt den... Und nimmt mir mein Messer-Jongleur. Okay. Ich darf die Karten. Also wenn ihr nachher spielt, am besten nicht neue Karten, die ihr behalten wollt, ganz links spielen. Weil, ja, wenn er niemand anderen zum Waffen hat, auf seiner eigenen Seite, dann nimmt er immer euren linken Stimmen. Und, ja, irgendwann sitzen da einfach die guten Karten von euch. Deswegen schlechte Karten nach links spielen. Gute Karten nach rechts spielen. Und wir hauen ihm wieder alles rein. Ihr seht, der Kampf geht echt ewig weit. So, ich heile mich mal. Den kann ich natürlich verschmerzen. Deswegen setze ich den jetzt ganz nach links. Und dann sollte das Ganze weiter. So, mein Schadenverdoppler ist weg. Das ist schön. Da kommt der Nächste hier. Der mich nerven möchte. Der nimmt mir jetzt meinen Tank weg, sicherlich. Ja, komm. Aber mit dem einen Schaden, den er hat, oder mit dem einen Leben, das er hat, kein Problem. Wir setzen einmal ihn hin. Äh, warte mal. Ich kriege jetzt zu viele Karten. Einmal. Der kann leider nicht handeln. Aber was soll ich machen? Jetzt wird es aber langsam interessant. Ihr seht, das Leben geht bei ihm jetzt richtig schön nach unten. Jedes Mal schön sieben nach unten. Und ich muss schauen, was er macht. Er wird mir wahrscheinlich jetzt einen von meinen Murlocs. Ja, er nimmt mir einen Murloc weg. Dankeschön. Und spielt sich eine Schildmeisterin. Und bufft sie jetzt richtig hoch. Jetzt werden Equality gut. Ich habe meine leider verspielt. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Ähm, ich kann auf sie losgehen. Und buffe ihn dadurch um acht weitere. Hm. Ich spiele mir erstmal hier meinen Tank, damit da nichts passieren kann. Und nehmen sie, glaube ich, lieber doch vom Feld runter. Mache hier einmal die Bereinigung. So, den... Oh, perfekt. 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 Ich bekomme einen Kartenzieh-Murloc. Ähm, der ist natürlich in Kombination mit dem anderen Perfekt. Weil meine Murlocs sterben ja eh die nächste Runde. Immer meistens durch mich. So, kann ich noch irgendwas? Ich haue ihr... Hau ich einen Schaden rein. Ähm, setze ihren Schaden auf eins. Und der gefällt mir natürlich super. Und er spielt nochmal einen Könige drauf. Ach, wirklich? Ich habe dich jetzt schon so gebufft da drüben. So, was machen wir hier? So, erstmal auf jeden Fall ihn raus. Ihn raus. Ich brauche ein bisschen Platz auf meinem Feld. Möchte einen zusätzlichen Murloc. Sehr schön. Du stirbst in der nächsten Runde. Ich hoffe, das weißt du. Und äh, ich spiele noch wieder einen Friedensbewahrer. Und setze damit den Schaden auf eins. Und gehe jetzt einfach mal direkt ins Gesicht. Ich ignoriere sie einfach mal. Ich hoffe, das klappt so. Ich muss 21 Schaden noch irgendwie runterkriegen. Ja, der ist natürlich noch ekliger. Und er bekommt natürlich auch seine Zusätze. Und wir haben jetzt hier ein richtiges Problem. Kriege ich den irgendwie weg? Oder muss ich ihm die sechs Schaden drauf machen? Also Rüstungsschmieden sollte eure absolute Priorität sein. So, den Murloc nehmen wir weg. Dadurch bekommen wir eine Karte. Hoffentlich eine gute. Na, leider nicht gut. Ich gehe hier mit rein. So, Finlay. Was will ich mit dem Kack? Ähm, okay. Wie gehen wir weiter vor? Echo Schlamm bringt mir gar nichts. Ich muss den anderen wegnehmen. Oder ich warte, dass er in mich reinrennt. Ähm, ich spiele die knapp hin. Dann müsste ich jetzt die links spielen sollen. Ich nehme meinen einen raus. Und in der Hoffnung, er kann eh nur einmal angreifen. Geht auf meinen anderen. Und damit habe ich jetzt ein bisschen ein Problem. Weil er chroniert sich Gott sei Dank die Waffe. Zieht gleich eine neue. Okay. Wie kriegen wir die weg? Heilige Prüfung ist natürlich sehr, sehr schön. Damit kann ich verhindern, dass er weitere große Sachen spielt. Ich buffe ihn leider weiter hoch. Okay. Damit ist dann nur noch eins. Okay. So, Finlay. Dich nehmen wir raus. Du trinkst eh nichts. Und jetzt kann ich wenigstens ihn wegnehmen. So, und jetzt wieder ein bisschen nach. Das war richtig teuer. Ihr seht, wie viel Leben er jetzt wieder hat. Er spielt einen schwungvollen Heap. Und geht uns ins Gesicht. Aber wir haben Deck- und Kartenvorteil. Die ist perfekt. Komm, spielen wir rein. Ich spiele sie ganz nach rechts, damit ihr möglichst lang nichts passiert. Mach meine Heldenfähigkeit. Wird dadurch um zwei wieder geheilt. Und habe jetzt wieder volles Deck. Also, die drei Karten sind eigentlich essentiell Messer-Jongleur. Unseren kleinen, äh, hier Heldenfähigkeit, weitere Merlock. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Und ihm gehen die guten Waffen offenbar aus. Und er hat keinen Diener gespielt. Das heißt, ich kann komplett in sein Gesicht gehen. Ich spiele gleich eine Buße hinterher, dass wenn er jetzt doch was spielen sollte, ich einfach hier meine absolute Ruhe habe. Ich würde gern meine Heldenfähigkeit spielen. Aber das, ja, geht natürlich nicht. Ach, Kacke. Ich würde mich gern weiter heilen. Jawoll. Sehr schön. Ich muss keine fünf Opfern. Ich muss nicht über losgehen. Aber ich kann meine Heldenfähigkeit wieder nutzen. Er geht wahrscheinlich ins Gesicht, oder? Nein, er will meinen Merlock weg haben. Dankeschön. Gut, brauche ich eh nicht mehr, weil ich habe eh keinen Merlock mehr. Ruf zu den Waffen bringt mir gerade nichts. Ich nehme einen von den Spinnen weg. Und, ähm, ja, auf jeden Fall weiteres und wird mich ein bisschen heilen mit meinem. So, steht 19 zu 19, 18, 17. So, wir haben wunderschön, schönen Deckvorteil. Und er spielt einen Scharmützel. Das ist eine von seinen Aufräumkarten, mit denen er mein Deck einfach wieder total kacke macht. Und wer überlebt? Hm, na, wenigstens sie. Geht er auf sie oder geht er auf mich? Er geht auf mich. So, Gott sei Dank haben wir einen Ruf zu den Waffen bekommen. Jetzt kommt natürlich der Waffen-Use. Der bringt uns natürlich Säureschlamm. Ah, kacke. In dem Moment, wenn er keine Waffe mehr hat. Dankeschön. So, die nehmen wir. Wir haben vier, wir haben fünf und wir spielen Echo, damit wir sieben wieder haben. Und ich, nachher, ich hätte ihm noch mit meiner eigenen Waffe ins Gesicht gehen können. Okay, nächste Runde. Er spielt einen großen Kacke. Und dieses Mal habe ich natürlich nichts, um mich dagegen zu wehren. Hier kommt ein Messer-Jongleur. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich gehe einmal rein, spiele jetzt gleich den Messer-Jongleur. Ach, kacke, ich soll nicht da... Das ist so eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich muss die Guten nach rechts spielen bei diesem Boss. Er geht ins Gesicht. Da will ich es natürlich nicht haben. Kann ich noch einen spielen? Ich spiele noch einen Haunted Creeper. Jetzt zieht er wenigstens richtig und muss gar nicht so viele Karten hier jetzt opfern und kann diese vier Schaden direkt für ihn nehmen. Und mit der Waffe gehe ich dieses Mal auch rein. Okay. Was bekommt er? Okay, diese Dreckskarte. Und geht natürlich auf meinen ganz links. Der Turniersanitäter kann ich gebrauchen. Ich nehme einen raus, heile mich um zwei und der Rest geht wieder direkt ins Gesicht für ihn. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und ein fünftes Mal. So und damit sieht es langsam schlecht aus. Wie viel haben wir jetzt? Die Krabbe. Eklig. Absolut eklig. Und ich habe keine Karten mehr. Kacke. Ähm, was spielen wir? Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schaden. Ich brauche einen Schaden mehr als das. Kacke. Das ist natürlich sehr, sehr kacke. Das heißt, ich muss eine Runde überleben und ihn dann noch einen Schaden reinhauen. Das sollte doch möglich sein. Komm. So viel Anlag. Ach, nee, langt. Langt perfekt. Puh. Habe ich mich verzählt. Aber ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir haben das Museum gesichert. Jetzt geht es Rafama an den Kragen. Okay, gut. Also, das war die Runde. Ihr habt es gesehen. Es ist eigentlich relativ einfach ihn zu besiegen, wenn wir ein bisschen Kartenglück haben. Ähm, Messer-Jongleur ist perfekt und die anderen Karten sind auch perfekt. Und, äh, damit schaffen wir ihn eigentlich relativ gut. Äh, wenn ihr noch Anregungen oder Fragen hast oder speziell du Fragen hast, dann schreibt diese einfach unten in die Kommentare rein und dann, äh, kann, werde ich diese beantworten. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu Rafan. Wir haben nur noch zwei Bosse vor uns, dann ist Forscherliga auch hier gekleert. Ich danke dir fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.